Hallöchen die Damen und Herren und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grand Theft Auto 5, die fünfte Runde. Jawohl und diesmal auch wieder mit dem Sarazar, wie man hört. In der letzten Folge hat er leider verpasst, wie wir diesen super FIB-Überfall auf das Gebäude hatten, wo ich souveränen Helikopter geflogen bin. Hab ich mir natürlich aber alles angeschaut schon. Alter, du bist der schlechteste Lügner, den ich jemals gehört habe. Aber vielen Dank, vielen Dank. Nee, die Mission aus dem Trailer, die kennt man ja auch. Das war ja so eine typische Standardmission, die man ja oft vorgestellt wird. Hätte ich nicht gedacht. Ich entschuldige mich nochmal, dass du ausgerechnet Lügner Missionen verpasst hast. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass die schon kommen. Ja, ja, das hat er extra gemacht, hat er extra gespielt, damit ich die nicht sehe. Natürlich, natürlich. Ach, wir haben auch, guck mal, wir haben alles. Damit ich auch endlich mal einen Grund habe, seine Let's Play zu gucken. Ja, das stimmt natürlich. Pass auf, ich hatte ein paar Beschwerden wegen der Frisur bei Michael. Obwohl ich das eigentlich echt geil finde, aber die Leute wollen lieber so einen halb originalen Michael behalten. Okay, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Ja, deswegen, ich fahre jetzt mal ganz kurz zum Friseur nur. Soll mal einer sagen, wir lesen keine Kommentare, weißt du? Was war das nochmal bei YouTube-Kommentare, ne? Das war doch da so ein... Ja, ja, das sind diese Dinger da unten, wo wir nicht reingucken. Das ist dieser Scheiß. Ah, ja, ja. Da wo man drin steht, ey, du bist voll scheiße. Du kackst. So was steht da drin. Geh in den Kampfjet. Ah, ja, Lernfliegen-Gron, hab ich irgendwo bei so einer Plattform gelesen. Ja, ja. Bei so einer chinesischen Facebook-Seite. Im Nachhinein bereue ich das ja auch ein bisschen, dass ich da nicht einfach spontan reingestiegen bin. Ich weiß nicht, was mich zurückgehalten hat. Ich weiß es nicht. Es sind wahrscheinlich die Kommentare, die dann sagen, du fliegst voll scheiße. Achso, ja, du stehst aber auch drauf eigentlich, wenn die Leute dich beleidigen. Du bist ja so jemand... Wie heißt diese Krankheit noch? Weiß ich nicht. Sarrazinismus, du Arschloch. Oh ja, beleidigt mich. So, warte, was soll ich mir... Ich finde das mit dem Bart eigentlich stylisch. Der sieht ja echt ein bisschen, ja, das verstehe ich schon. Das ist kein Original-Michael mehr. Ja, ja, Lexington. Lexington, ne, das geht. Und kein Bart. Jetzt sieht er so ein bisschen aus wie Hussein. Ja, das stimmt. Was? Hey. So, und den Bart machen wir, da trimmen wir wieder ein bisschen, ne. Einfach nur, dann schalten wir einfach direkt auch weiter. Ich finde es auch immer toll, wie der einfach die Haare dem wachsen. Also nach der Trennung müssen wir auf jeden Fall den hier machen, oder? Ja, den hatten wir ja auch schon die ganze Zeit, oder? Wir machen den. Diesen, 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 diesen kompletten Spitzbart, der mich so ein wenig an ein Musketier erinnert. Jetzt sieht er wieder aus wie Mel Gibson. Ja. Krass, was für ein Unterschied, Alter. Von Hussein zu Gibson. Was ein Bart ausmacht, ne. Mel Hussein. Ja, mach mal, mach mal glattraziert. Soll ich glattraziert machen? Ja. Ach, na gut, weil du es bist, rasiere ich mir heute mal den Pflaumen aus dem Gesicht. Ja, wenn die Leute den Original Michael haben wollen, kriegen sie den Original Michael. Natürlich. Und der Michael war ja der seriöseste, sag ich mal. So. Vom Auftreten. Äh, nicht unbedingt, aber fast. So, und jetzt holen wir ihm noch ein Hawaii-Hemd. See you around. Bei Trevor müssen wir auch mal gucken. Der Anzug passt eigentlich nicht so ganz zu ihm. Aber wir können trotzdem mal ein bisschen rumprobieren. Wir müssen ja auch ein bisschen rumprobieren. Ist ja ein Let's Play. Ist der Patriot. Playen wir ein bisschen rum. Oh, und jetzt muss ich speichern. Ähm, 1916 ist es schon. Krass. Dann speichere ich mal auf die G-Unit hier. So, ja, ja, ja. 26,5 Prozent, Alter. Und danach zum Candy-Shop. So, ja, wollen wir, äh, ne, warte mal, falsche Taste. Wen wollen wir denn jetzt nehmen? Also das aber lass ich dir. Alter, Franklin, vier Aufgaben machen wir mal eben, ne? Ne, mal ab zum Frank. Dem soll ich übrigens schöne Grüße bestellen. Dann gucken wir mal, von wem denn eigentlich? Vom Jan, ein Kumpel von mir. Als ich dem eben gesagt habe, wir nehmen übrigens gleich auf, hat er gesagt, bestell Franklin schöne Grüße. Ah, jetzt geht's aber los hier. Das mach ich jetzt hier auch mal. Hi Franklin, schöne Grüße soll ich dir ausrichten, vom Jan. Und ich glaube, es gibt bestimmt auch in den Kommentaren einen Jan, den grüße ich jetzt auch mal. Ach, der Jan, gerade der Jan. Der eine Jan, du da hinten, genau, Jan. Der eine Jan. Das ist voll komisch, wenn man die ganze Zeit den Namen sagt von jemandem. Jan, sollen wir das nicht jede Folge jetzt machen? Jan? Oder immer einen anderen Namen. Also zum Beispiel in der nächsten Folge dann Sebastian, oder was? Genau, das wäre dann der Name der Folge. Das vergessen wir unter Garantie. Hundertprozentig machen wir das in der nächsten Folge schon nicht mehr. Nee. Weil wir so zwei Chaoten sind, wisst ihr? Und wir vergessen ziemlich viel schnell. Ich finde uns seriös. Das sieht man beim Spielen zwar nicht bei uns, dass wir vergesslich sind oder so. Nee, nee, nee. Wir sind auch sehr aufmerksam. Wir lesen alles wie Adler oben. Wir können das bei Kommentaren auch sehr gut kaschieren. So, die Frage ist, ich muss da oben rauf und... Hä? Nee, 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 nee. Ich bin hier schon. War ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber... Du bist nie verwirrt. 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 So, wo ist denn hier Beverly Crusher? Beverly, du weißt, dass wir jetzt wieder zu den Fotografen haben befinden. Du denkst immer, das wäre eine heile Schnitte. Oh, okay. Was für Cerebral, das die Leute aus der Flügel zu werden, protestieren zu werden. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen blöden für mich. Wir werden sie mit unseren Resolven zerstören. Lass uns das ein bisschen. Es ist nur ein gemütlicher und spätigeres High. Man, das sieht ein bisschen schäu. Wie geil, Michael sieht Aliens und Franklin einfach mal nüscht. Ja, der hat's schon ein bisschen länger, wahrscheinlich. Ich glaube auch. Franklin haut nicht so schnell aus den Socken. Alter, der Typ ist einfach so durch. Ich warte jetzt mal ganz kurz auf die SMS, die müsste ja gleich kommen. Und dann holen wir das gute Zeug mal ab. Und das ist ja doch nicht Beverly gewesen. Ich dachte, es wäre jetzt Beverly, weil du das gesagt hast. Ja, ja, stand da dran. Beverly, Fragezeichen. Aber das war dann wieder unser Kollege hier. Der eine Kollege. Nicht, dass wir nachher noch mit Beverly in Kontakt geraten wegen Gras und so. Nee. Der uns erpressen will als Paparazzi. Nee, das glaube ich nicht. Der Franklin... Neuer Kontakt, Barry. Aber den jetzt anrufen lohnt sich eigentlich gar nicht. Wir haben gerade mit dem gequatscht. Der wollte noch eine SMS schicken. Soll ich mal anrufen? Wie kann er das schon? Alter, ich call den Homie mal. Jo. So. Hä? Trevor, ich weiß nicht, was Michael dir beigebracht hat. Von diesem Job, den ich meine, musst du schießen können. Bring deinen Arsch zu einem Schießstand. Okay, das müssen wir auch mal machen. Wollen wir Trevor mal anrufen? Nee, jetzt doch nicht. Der ist eh besetzt. Jetzt zum Glück. Der hängt wieder auf einer Porno-Hotline rum. Ja, 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 ja. Ist besetzt? Okay. Äh, Beverly will ich nicht anrufen. Wie hieß der Typ eben noch mal? Das Luftschiff müssen wir auch noch mal organisieren, ne? Ja, eigentlich schon. Wie hieß denn der Typ eben noch mal? Das hat ja auch der Stefan Raab schon. Wie hieß? Ja, hab ich schon gehört. Der hat bestimmt schon mehrere. Das war nicht Beverly eben, ne? Barry war das. Mann, sag doch mal was. Ach so, ich war gerade ganz woanders beim Luftschiff. Hindenburg und so, hab ich schon drüber nachgedacht. Anrufbar und vorbeigeht. Anrufbar und vorbeigeht. Ich habe einen Moment von der Impression der Technologie. Lass ein Messer oder nicht. Das ist cool. Ich bin sicher, dass es warten kann. Ja, okay. Der ist auch nicht da. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir sollen ja erstmal diese Ware abliefern, ne? Ja, wir haben ja keinen, wir haben ja noch nicht die SMS, wo wir hin sollen. Dann flitz ich mal ganz kurz. Jetzt ist ja oben Beverly. Ja, vielleicht ist das der Punkt. Das könnte natürlich sein. Oh, da steht immer Beverly-Fragezeichen. Man weiß es nicht genau. Weil es mal der eine, mal der andere ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe eben nicht drauf geachtet. Da habe ich wieder getrödelt und an meinem tollen Eistee geschlürft, den ich heute wieder mitgebracht habe. Ah, köstlich ist. Deine Eistees sind legendär, mein Freund. Da oben ist auch der Zeppelin. Wir können ihn eigentlich mal anrufen. Ach, Alter, ich verpasse ja dauernd die Ausfahrt. Du kennst dich besser mit Einfahrten aus. Verstehe ich nicht. So. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Oh, das ist ja nichts Neues. Dass ich nicht lüge, haste recht. So, pass op. Ich sage da mal nichts zu, weil das wäre wiederum eine Lüge. Was, wieso habe ich... Wieso ist denn ein roter Punkt auf der Karte? Weil da gerade jemand überfallen wurde. Oh, Vorsicht. Was denn? Habe ich das übersehen? Ist mir etwas entgangen gerade. Die hat nur eine Pistole ausgepackt und wollte dich erschießen. Ja, aber ich habe die Ammo gerade eingesammelt. So, dann bringen wir der Alten mal die Kohle zurück. Wir sind ja ganz ehrliche Finder mit einem Einschussloch im Rücken. Hey, Püppchen. So, 1800 verloren, aber ein gutes Gewissen erhalten. Es gibt ja natürlich jetzt auch total viele Leute, die sagen, oh mein Gott, der Saraz hat dieser Spasti. Warum hast du den denn wieder hier hingesetzt, ne? Und das liegt daran, weil ich den Gronkh erpresst habe. Ich habe gesagt, wie, du spielst GTA V ohne mich, du kleine Bitch, dann verkaufe ich deine alten Schlüpper bei Ebay. Meine alten Schlüpper bei Ebay? Ja, die verkaufe ich dann. Was machst du mit meinen alten Schlüppern? Warst du am Rotkreuz wieder, oder was? Ich habe da diesen Spendenkarton ausgebuddelt. So, warte mal, hier sollen wir Gras geheim versteckt. Dann holen wir jetzt mal das Gras, oder? Ja, ist eine gute Idee. Oder auch nicht. So, der hier stand eh im Weg. So, die kiffen ja ganz schön viel hier im Spiel. Ganz schön spiel hier im Spiel. Das wird echt so ein bisschen promotet hier, habe ich das Gefühl, ne? Ach, ich wollte hier links, weil hier ist die Ausfahrt weicher. Ist besser. Weil du einfach in den Gegenverkehr rushst, ne? Ist doch egal. So. Ist halt eine geheime Abkürzung, der Gegenverkehr. Einige Schlüpper vom Gronkwold, ich verkaufe die für 150. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe welche mit gelben Flecken und ohne. Aber die mit den Bremsstreifen habe ich liegen gelassen. Das war mir zu widerlich. Den Großteil habe ich als Zeltlager gespendet. Ja, und noch die Tanga-Sammlung. Die hast du auch. Ja, mich auch. Die schönsten für dich, deine Hello Kitty Tangas. Ich frage mich gerade, wie du die bei mir ausangelst, immer. So muss ich jetzt hier hoch, ja, ne? Ja, wenn du die immer irgendwo... ...im Wohnzimmer liegen lässt? Ne, ich trage die mal alle auf einmal. Findest du, wie wenn man ein Rumpel schnell gehen muss? Ne, ist einfach kalt im Winter. Und da ich nur Tangas habe, trage ich halt alle auf einmal. So, muss ich jetzt hier wieder runter? Ne. Hä? Das wird doch nicht auf der Autobahn sein. Da fahre ich hier mal lieber runter. Ich frage weiter geradeaus. Ne, aber da sind wir auf der Autobahn. Da kommt ja nichts mehr. Aber ich glaube, dass laut Karte ist das richtig. Ne, die Karte checkt das ja nicht, wo das Gras geheim versteckt ist. Das weiß sie ja gar nicht. Wie weißt du, das muss hier irgendwo sein? Aber das kann ja genauso gut hier unter der Autobahn sein. Ne, glaube ich nicht. Dass ein Geheimversteck auf der Autobahn ist. Achso, ja, kann echt sein. Du hast recht. Da ist was dran an deiner Logik. Und das ist immer was Neues. Vorsicht, hier kommen Autos. Ja, 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 ja. So, sind auf der Karte markiert. Ja, ja, ja. Fahrzeuge mit einem Geheimversteck. Alter, wenn das hier nicht... Einen Taco-Wagen. Also ganz ehrlich, das muss doch das Geheimversteck sein, oder? Die geizen nicht mit der Guacamole. So, meinst du, das ist jetzt... Meinst du, wir haben es jetzt? Ne. Oder? Das muss ein Wagen mit Geheimversteck sein. Doch, der hat uns ein neues Ziel gewiesen, oder? Ne, hat er nicht. Fahr jetzt mal zu dem Zielpunkt. Ne, Zielpunkt habe ich gesetzt. Das ganze grüne Areal. Da könnte es sein. Oh, geil. Mit dem Taco-Wagen Nutten abschleppen. Mh, das klingt sehr verlockend. Hey, Baby, eat my Taco! Ich habe da noch ein Würstchen hinten drin. Ich habe nur kleine, kleine, kleine weiße Bohnen hast du. Der Gronkh hat da noch ein Würstchen hinten drin. Ja, und du hast kleine, weiße Bohnen. So Böhnchen. Komm, ich komm. Alter! Ey, also ganz ehrlich, diese... Was war denn das da hinten? Hallo. Ist das ein Betonmischer da hinten? Ich glaube, das eine könnte gutes Versteck sein. Aber ich würde erst mal das Areal unter die Lupe nehmen. Das muss ja irgendein Fahrzeug sein. Sonst sagen die nachher wieder alle zu uns. Boah, seid ihr voll dumm. Es muss irgendein Fahrzeug sein, wurde gesagt. Aber das wird dann doch bestimmt aktiviert, wenn wir es gefunden haben, oder? Hm. Ne, ne, ne. Der sieht mir zu sehr nach einem Toyota Prius aus. Meinst du, das ist kein gutes Geheimversteck? Das ist kein gutes Geheimversteck. Boah, Alter. Wie soll ich das jetzt hier finden? Das haben den USA alle Hipsters, das Auto. Bö. Ähm. Vielleicht da oben. Da komme ich nicht rein. Also es kann natürlich echt sein, dass es der Taco-Wagen ist, aber ich habe jetzt keinen... Ey, das ist der Wagen, den du suchst. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran man das festmachen kann. Das muss ja... ...eines von den Autos sein. Das Problem ist, ich habe gleich die Bullen am Hals, wenn ich weiter so mache. Vermutlich. Auch hier keine Änderung des Areals, oder so, dass wir das gefunden hätten. Ne. Okay. Ah, der Taco-Wagen ist... Äh... Warum... Warum willst du die Reifen zerstören? Ich wollte eigentlich mal gucken, wie das für den Hütten aussieht. Hirsch. Scheiße, Mann. Wo kann der sein? Den Prius hatten wir ja. Vielleicht ist sie ja das Weed-Geheimversteck. Hm. Da sind gute Schmuggelmöglichkeiten vorhanden. Die ich jetzt nicht näher erläuterte. Alter, ich habe geduscht. Er hat einen Mundgeruch. Was sind das für Nutten, Alter, die weglaufen, wenn man die anguckt? Die wollen dich nicht. Komm bitte, du darfst jetzt nicht... Du musst jetzt stark sein. Ja, vor allen Dingen... Wie soll man das Ding jetzt rausfinden? Das Areal ist doch voll klein und so. Ja, zum Glück. Holy. Holy Moly. Was macht die denn da? Hey. Muss die ihren Hintern lüften, hat die gepupst. Vielleicht ist das ja das Gras geheimversteckt. Da muss man natürlich genauer eruieren. Der Vater drückt mal nebenan hier in die Gasse. So, hier ist auf jeden Fall ruhig. Fällt Licht aus. Natürlich. So, wie sieht's aus? Ähm. Äh. Ey. Pst. 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 Das weiß man doch. So alter, jetzt... Nee, Las Vegas selber wird so oft was offeriert, aber es ist eigentlich illegal. Ach so. Das haben wir sogar in unserem Video gesagt. Alter Uhura, rutsch rüber. Black Emanuel. Tja, Weile. Sag an. Ja, wir haben's ja, ne? Wir haben 255.000 dabei, die müssen wir loswerfen, Alter. Ja, nur ein 50er. Nee, komm, oder? Machen wir... Oder nee, wir arbeiten uns vor. Wenn das geht. Natürlich geht das. Okay. Fofi? Okay. Das hatten wir, glaub ich, doch schon mit Aerobic-Erklärung und Liegestütz. Genau, das war im Let's Talk. Ich erinner mich. Im Let's Talk haben wir das gesehen, alles. Wieso kann ich die Kamera nicht wechseln? Allerdings waren wir da mit Michael unterwegs. Mach es lieber nicht, lieber Grong. Mach es lieber nicht. Das sind eure Liegestütze. Du machst die mit, ne? Die Liegestütze. Das ist eine gute Kameraführung. Das ist so ein bisschen MTV-Perspektive. Also Kinder, Liegestütze sind gut für euch, das ist gut für den Arm. Aber Kinder dürfen ja eh nicht zugucken, deswegen... Ich mag deinen Haaren. Oh, was hat er gesagt? Sie mag seinen Haaren. Er hat einen Bauernhof. Oh, ja. In Sandy Beach. Nee, Sandy Shores. Alter, Finne. So, ich glaube, er hat auch Asthma. Das ist natürlich das Leben auf dem Bauernhof, bringt das mit sich. Du nuschelst. Die fragt, ob du noch einen Nachtisch willst, weil du grad so viel Sport getrieben hast. Ja, man muss ja auch wieder ein bisschen aufbauen, ne? Den Mineralienlevel und so. Genau. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal 70 Dollar das Gesundheitspaket. So, komm, setz dich mal rüber und dann machen wir mal Sit-Ups. Sit-Up! 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 Shut-Up! 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 Sag mal, wir konnten doch beim letzten Mal die Perspektive wechseln auch. Ja, vielleicht hier, weil die Garage in der Richtung ist. In der rechten Richtung? Ach so, ja, das kann sein. Ach, das ist natürlich... Also das ist jetzt der Sit-Up, das ist eine Übung, die haben wir gelernt bei Heidi Klum in einem Video. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Klum hat's aber einfach drauf, was Sport angeht, muss man einfach sagen. Das nächste ist aus dem Video von Chuck Norris. Das hier für 100? Kennst du doch, das haben wir gesehen, auch in Las Vegas war das. Ah, ja, ja, ich erinnere mich, der Chuck, der ist dann ja quasi auch schon wieder rüber gestiegen. Hä? So, das nennt man jetzt der Anhalter. Das ist ja dasselbe Programm, was gibt's denn da? Ich weiß nicht, guck mal rüber zur rechten Garage. Kann ich hupen währenddessen? Ne, ist denn dasselbe Fitnessprogramm? Ich weiß auch nicht. Oh, ich glaub, er hat sich wehgetan, er hat sich wehgetan, er ist sehr eng im Auto auch. Der C. Ja, ja, natürlich. So, da muss ich auch wieder runter. Nächstes Mal nehmen wir ein Wohnmobil mit. Was? Hat die Schnauze. Ey, kann man eigentlich auch nur für Reden zahlen? Was ist passiert? Es gibt ja viele Leute, die zahlen fürs Reden, ne? Die gehen da hin und reden einfach nur. Was schreit denn hier so jetzt? Das war sie, sie ist danach... Ach so. Hat sie mich gefreut? Hat sie mich gefreut? Hat sie mich gefreut? Ach so. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, da hat man so einen Speiseröhren-Durchschuss. Alter. 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 Oh mein, oh mein. Entschuldigung. Der kam hier so einfach. So, wir haben da hinten übrigens auch wieder Karren. Irgendwie muss das hier in dem Areal sein. Und wir haben wieder nicht aufgepasst. Guck doch vielleicht mal deinen Infotext. Ja, wir sind ja... Ich meine, jetzt wurden wir ja auch abgelenkt, klar, ne? Das war jetzt... Echt? Abgelenkt meinste? Du kannst ja auch noch mal schauen. Ja, pass auf, da steht... Ne, da steht nur, wir sollen das im Areal suchen. Aber ganz ehrlich, das Areal ist so... Da vorne ist ja noch ein Areal. Ja, das sind zwei Areale. Ja, deswegen lass noch mal kurz den Infotext lesen. Areal, die Meerjungfrau. Ne, lass noch mal kurz den Infotext lesen. Okay, warte. Den hier schließen noch kurz. Du musst es einen Hinweis geben. Das muss ja auch irgendwie erkennbar sein. Aber der ist es bestimmt nicht. Da fällt mir immer ein, wenn ich hier bin, dass ich mein Auto und GTA Online wiederholen muss. Denk dran, denk dran. Oh Mann, oh Mann. Das vergesse ich auch schnell. Sonst kommt der Denke dran, Joost. Aber ich kann mir jetzt auch ein neues holen eigentlich. Weil das ist auch nicht mehr so cool, wie es mal war. So, Mission. Du spielst keine Mission. Na, das ist einfach so eine Nebenmission natürlich wieder. Spiel. Mission nochmal spielen. Will ich ja gar nicht. Mr. Phillips. Lalalalala. Das sind die normalen Missionen, nicht die Nebenmissionen irgendwie. Dann haben wir jetzt wieder verkackt oder was? Nee, Quatsch. Wir müssen ja einfach nur mal, wir müssen ja nur mal suchen. Ja, suchen wir weiter, aber das ist doch doof. Hm. Ich frag mich halt, wie lange diese Missionen auch halten. Da war das mit dem Golfen und so wesentlich unterhaltsamer. Und ich glaub immer noch... Ich sollte mir mal meine Gitarre mit hier hinlegen. Ich glaube immer noch, dass es der Taco-Wagen ist. Dann können wir Lieder zwitschern, während wir hier suchen. Ich glaube immer noch, dass es dieser Taco-Wagen ist, weil der gehört dir einfach nicht her. Hey, ich bin es! Und ich stehe schon wieder. Ich glaub, die hat die Schnauze voll. Ja. Von letztem Mal. War das auch doppeldeutig gemeint? Was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich? Guck mal, jetzt dreht die um. Was passiert, wenn ich hinterhergehe? Alter, wir müssen das Gras finden. Ja, ja. Es geht ja um das Gras. Ich bin sehr d'accord. Sag mir nochmal, ich würde den, den... Ich würde mal was austesten. Ja, ja. Weil die sollte wohl jetzt schneller werden, wenn man sie verfolgt. Aber irgendwie... Werd schneller! Ja, vielleicht rennt sie ab und zu da mal weg. Hey, 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 hey. Okay, nee, dann äh... Was machst du denn dafür? Scheiße! Weil du dich so ekelhaft ausführst. Der tut endlich den scheißverkackten Wagen! Wir hatten hier schon geschlagene... Wie lange? Bist du denn sicher, dass es ein Wagen ist? Ich hab das nicht gelesen. Es tut mir leid. Ich hab's gelesen und es soll ein Auto geheim versteckt sein. In irgendeiner Karre. Ausdauer 80 von 100. Das ist natürlich schon mal super. Vielleicht war es ja auch direkt hier. Wo war gerade... Ah, hier ist ja nichts. Rein kommt man da auch nicht. Es soll ein Fahrzeug sein. Es soll ein Fahrzeug sein. So wurde es beschrieben. Okay. Hier ist noch ein LKW. Könnte auch gut funktionieren. Ich weiß ja nicht, wie viel die da transportieren. Okay. Ja, das sind nur Anhänger. Scheiße, Mann. Au! Voll mit dem Gesicht da rein. Ach, schön. Also, die Karren werden es bestimmt nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt das ganze Areal hier absuchen müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, wie viel Wagen stehen hier rum? Wie viel sind das? Das kann doch nicht sein. Vor allem, ganz ehrlich, da mach ich doch lieber Missionen. Sorry, ich wurde gerade wieder angerufen. Achso, von wem denn diesmal? Ich hab SMS geschrieben, wo steht das Auto. Ah, okay. So, zum Glück meinen die nicht uns diesmal. Ich kacke, dass ich das nicht gelesen hab. Sorry, ey, das nervt. Na ja, gut, aber da stand eh nur, wir sollen ein Auto suchen. Huch! Kein weiterer Hinweis? Warte, vielleicht ist das ein Auto, was irgendwie nach Gras aussieht. Jetzt hängen die Cops da draußen rum und sehen, dass ich mit einer geklauten Karre rumfahre. Ist doch scheißegal. Die hängen doch hier im GTA 5 super locker flockig ab. Das dauert hier eh schon so lange. Jetzt häng ich ja wieder auf dem scheiß Parkplatz rum. Sorry. Ey. Was machst du denn? Ich suche ein scheiß Auto, das hier geparkt sein soll. Der war bestimmt der Taco-Wagen. Das war bestimmt der Taco-Wagen und wir suchen hier alles ab, weil der ist so verdächtig einfach da. Da stehen wir dann Prius und die Karre, die ich jetzt fahre, die steht ja auch überall. Warte mal, fahren wir mal zu dieser anderen Position. Ich fahr hier gerade alles ab, hier sind noch zwei Wagen, aber ich weiß nicht woran ich das erkennen soll. Ich hab jetzt auch keinen Bock alle Karren zu knacken, aber das können ja auch Random Cars sein. Hier ist noch äh... Steig in das Beute-Auto, da ist es. Ah. Super. Okay, es wird also doch gekennzeichnet, sobald man da ist. Dann kann ich mir das Karrenknacken ja sparen. Ach dein Alter, voll der bescheidene Vorrat. Wo müssen wir hin? Nein. Hör auf. Nochmal. Ach komm schon. Batterie. Oh man ey. Kenn ich. Komm schon. ADAC anrufen. Hör ist nicht im ADAC. So, Barry anrufen. Wow, wer hat meinen Ringtone verändert? Ey, schau, Mann, das Auto in La Poeta ist ein fucking Hooptie. Der Motor ist fucking schraubt, Mann. Ich mach' einen Stache und raus. Nein, nein, es könnte ein Trapp sein, aber ich brauche das Auto. Das Bewegung ist auf es. Du musst es oder was machen. Bist du aus deinem Gehirn? Hey, mach's für deine Lage. Mach's für Freiheit. Mach's für Natur. Mach's für den Kampf. Finde eine Möglichkeit, das Beute-Auto zu bewegen. Ja, die müssen wir noch finden. Was? Abschleppen vielleicht? Kann man das irgendwie? Vielleicht ist hier ein Abschleppwagen in der Nähe. Boah, so ne Scheiße. Hier ist ein... Panzer. Na, da ist ein Laster auf jeden Fall, aber das ist kein Abschlepper, ne? Ach so, ein Zufall. Hey, wow. Aber sag mir nicht, wir müssen damit an den Cops entkommen. Boah, wie steuert man den nochmal? Gib mal Gas. Also das Fahren krieg ich ja hin. Und dann kannst du es anhaken. Ja, ja. Das Fahren krieg ich da hin. Das Fahren krieg ich hin, aber das Anhaken weiß nicht. Ah, mit links. Okay. Die Mucke ist geil. Diese Country-Mucke. Ja, find ich auch. Jo, jo, jo. Super. Oh Mann, ey. Ich hoffe nur... Ich hoffe nur, die Bullen sind da nicht hinter uns her. Weil mit einer Karre hinten im Schlepptau... Alter. Schnauziger Vorfahrt. Ey! Hör auf, wie zu rammen. Boah, hab ich da... Warte mal, kann ich... Ah. Der Wagen schwenkt so aus hinten. Der ist ein bisschen linkslastig, hab ich manchmal das Gefühl. Tja, Alter. Wieder am Abschleppen heute. Kennst du dich ja mit aus? Haben wir ja vorhin geübt. In Las Vegas. Da ist übrigens Prostitution verboten. Echt? Der Walle wollte Geld verdienen, haben sie den Wagen nicht erlaubt. Deswegen hat er Escortservice aufgemacht. Genau, dann ist es wieder drin. Genau. Weil da musst du ja nichts tun. Mit seinem geheimen Pseudonym David Leckham. Du musst einfach nur daneben... Du kannst ja... Du bist ja dazu nichts verpflichtet dann. Voll gut. Also du musst da nichts machen, du... Ich hab das dann gemacht. Hab irgendwie 500 die Stunde verdient. Du musst ja nicht mal Sex haben. Das dürfen wir nicht erzählen, sonst fährt der Rumpel sofort nach Las Vegas. Alter. Manche Leute glauben, jetzt hat der wirklich im Escort gearbeitet. Im Ford Escort vielleicht. Nicht mal daran. So, Alter. So, dann taumeln wir ja mal... Langsam zu Barrys Wohnung. Ich bin froh, dass die Bullen nicht hinter uns her sind. Das war jetzt ein Massaker geworden. Und dann... So. Dann nähern wir uns schon... Barrys Bude. Barry Obama. Brauch sein Zeug. Ich musste gerade darüber nachdenken, warum Barry Obama... Echt? So weit ist es schon bei dir, dass du darüber nachdenken musst? Der Spitzname? Ach Scheiße. Ist Barry? Niemals. Kann auch sein. Was würdet ihr denn sagen? Was ist der Spitzname von Barrick Obama? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Budi. Budi. Und Simon. So. Halte, bla, um abzukoppeln. So. Ist abgekoppelt. Coole Nummer, Alter. Du hast es einfach drauf. Gut gemacht. Mal. Verlasse das Gebiet. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und... Aber in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall mal wieder eine Mission oder sowas. Es sei denn natürlich, wir müssen die zweite Karre noch holen. Ey, heute haben wir auch spannende Sachen gemacht. Durchaus. Ich hab deine Schlüpper verkauft. Wir haben mit Prostituierten geshakert. Wir haben hier diese absolut geniale Automission mit dem Gras gefunden, die nicht so ganz genial war. Aber trotzdem. Wir haben auf jeden Fall was unternommen. Das war keine Prostituierte. Die war Sportlehrerin. Ach so. Stimmt ja. Natürlich. Hey. Hier haben wir eine geile Karre. Ja, die ist ganz nice. In der nächsten Folge fahren wir den mal. Und dann machen wir vielleicht mal was Vernünftiges. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Ja, alter Schwede. Wieder viel geschafft. Ich habe gehört, wir haben mit Prostituierten geschäkert. Wir haben... Was haben wir noch alles gemacht? Ein Auto gesucht. Es war total spannend. Ich bin mitgerissen einfach. Mitgerissen. Mhm. Mhm. Ja, ja. Es war eine super fast halbe Stunde. Toll. Ich danke dir für den Beitrag in dieser Abmoderation. Es war... Komm halt die Fresse. Ciao. Tschüss. Nee. Tschüss. Danke. Ja, das war ein. Ich habe den Video gefξied em. Spannlich nicht. 02atsächlich alle diese Instagram noch die L Augen sind ja, ja keine Horden Personen. benefic Bog ganz alleine hat. Und wir sehen uns seit successfully sind und die Nachricht nachzulein. Ich sehe nicht einfach klar. Untertitelung des ZDF, 2020